Universitäten untersuchen Journalistenkorruption. Meine Damen und Herren, derzeit kommt es knüppeldick für Deutschlands Leitmedien. Die Deutschen sehen die USA kritischer denn je und wollen sich vom Dauerdiktat ihrer US-Besatzungsmacht losreißen. Die Deutschen haben vor allem die Kriegshetze, zum Beispiel von der FATS, wirklich satt. Handelsblattchef Gabor Steingart vergleicht die Kriegshetzer-Medien inzwischen mit Hooligans. Und dann erscheint ein neues Sachbuch, in dem zum ersten Mal mit Namen, Fakten und allen Belegen dokumentiert wird, wie Journalisten von Leitmedien im deutschsprachigen Raum für pro-amerikanische Berichterstattung geschmiert werden. Der neue Bestseller, gekaufte Journalisten, herausgegeben vom Kopfverlag, schlägt gerade nicht nur im Medienbereich wie eine Bombe ein. Gleich mehrere Universitäten wollen die im Buch genannten konkreten Beispiele käuflicher Berichterstattung in renommierten Zeitungen wie der FATS zum Anlass für neue Studien nehmen und die gut dokumentierten Vorwürfe wissenschaftlich verifizieren. Anlässlich dieser positiven Entwicklung hat Klagemauer TV ein Interview mit dem Verfasser des Bestsellers, Herrn Dr. Udo Ulfkotte, persönlich arrangieren können. Im Anschluss sehen Sie, liebe Zuschauer, eine klare Stellungnahme eines promovierten deutschen Politikwissenschaftlers, Journalisten und Publizisten, der sein Schweigen gegenüber den Machenschaften der Nachrichtendienste und Massenmedien gebrochen hat und somit als Held dieser Zeit gelten sollte. Gekaufte Journalisten heißt das neue Buch von Dr. Udo Ulfkotte. Dafür, dass es noch nicht mal sechs Wochen auf dem Markt ist, hatte schon für mächtig viel Wirbel gesorgt. Ungewöhnlich konkret und scharf sind die Attacken auf bekannte deutsche Zeitungsverlage, die in der Öffentlichkeit als seriös gelten. Dr. Ulfkotte ist nicht gerade zimperlich, er spricht von Korruption, Manipulation und von Täuschung der Öffentlichkeit. Wir freuen uns sehr, Herrn Ulfkotte bei Klagemauer TV begrüßen zu dürfen. Schönen Abend. Guten Abend. Ihr Buch ist auf dem besten Weg, ein Bestseller zu werden. Auch im Ausland stößt es auf große Resonanz. Sie kommen gerade von einem Skype-Interview mit der Türkei. Aus Schweden, Russland und sogar aus China kommen Lizenzanfragen für Übersetzungen. Haben Sie das erwartet? Nein, absolut nicht. Das ist völlig neu. Ich habe 1997 spaßeshalber das erste Buch geschrieben. Das ist jetzt nicht der Werbeblock. Bitte nicht kaufen, das ist längst veraltet über den deutschen Auslandsgeheimdienst, Bundesnachrichtendienst. Das kam auch relativ schnell auf die Spiegel-Bestsellerliste und hat sich weit mehr als 100.000 Mal verkauft. Danach habe ich viele, viele, wahrscheinlich mehr als 30 Sachbücher geschrieben, von denen einige auf die Bestsellerliste kamen. Aber ich habe es noch nie erlebt. Ich habe es auch nicht erwartet, dass dieses Buch nun tatsächlich in die Lizenzen wurden verkauft. In den letzten Tagen nach Russland, nach Ungarn, in die Türkei. Es sind angefragt, wie Sie schon sagten, auch China und viele andere Länder. Das habe ich nicht erwartet, dann, dass es weltweit Interviews gibt von renommierten Sendern. Ich habe gestern gesprochen mit dem australischen Radio, habe Interviews von USA bis Neuseeland, rund um die Welt. Sehr viel natürlich in Russland und anderen Ländern. Das habe ich noch nicht gehabt. Und was mich erstaunt im Umkehrschluss ist die Resonanz vor der eigenen Haustür, die Resonanz hier in Deutschland. Denn ich hätte erwartet, dass es einen Aufschrei in den deutschsprachigen Medien gibt, wenn jemand sagt, ganz konkret mit Namen, hier gibt es gekaufte Journalisten, geschmierte Journalisten. Hier stimmt mit der Berichterstattung etwas nicht. Und natürlich als erster, ich stehe ja selbst auf und sage, ich bin geschmiert worden. Ich bin gekauft worden und erkläre zunächst, wie das bei mir selbst war und sage dann, und das sind die anderen. Da ist es heute immer noch genauso. Und ich schäme mich für das, was ich gemacht habe. Aber wir sollten auch mal bei den anderen schauen. Und ich finde es erschreckend, dass man sich in Deutschland wegduckt. Man kann ja sehr kontrovers damit umgehen. Man kann ja sagen, also wo sind die Belege oder wir verklagen den jetzt, wie auch immer. Aber dass es eigentlich überhaupt keine Reaktion gibt, dass das Buch jetzt in diesen Tagen auf der Spiegel-Bestsellerliste auf Platz 5 ist. Aber die großen Medien, die ich angreife, schweigen dazu. Und im Ausland, dass es eine Riesenwelle gibt, das habe ich nicht erwartet. Haben Sie eine Erklärung? Ja, die Erklärung, ich habe natürlich lange selbst überlegt, weil ich im ersten Moment gedacht habe, das kann doch nicht wahr sein. Ich habe, das ist jetzt nicht der Werbeblock für das Buch, ich habe viele hundert Fußnoten, mehr als 600 Fußnoten mit Belegen für jede Aussage. Weil das natürlich rechtlich alles sehr heikel ist, wenn ich jemandem sage, der ist korrupt. Wenn ich sage, Werner Sturbeck von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, Wirtschaftskorrespondent in Düsseldorf, der ist korrupt. Der hat sich schmieren lassen für Berichterstattung beispielsweise von ThyssenKrupp. Und ich nenne ja hunderte weiterer Namen, dann ist das natürlich so, dass derjenige herkommen könnte und kann mich sofort verklagen, sagen, das soll der jetzt erstmal beweisen. Von daher habe ich sehr viele Fußnoten und versucht, alles so zu belegen. Und die Erklärung ist für mich, diese Erklärung dieses Wegschauens, dass man sagt, juristisch, die haben natürlich Juristen gefragt, alle, die hunderte, die ich dort angreife, dass man sagt, juristisch haben wir mit großer Wahrscheinlichkeit keine Chance, dagegen vorzugehen. Es sind ja nicht nur die Journalisten, die ich angreife. Ich nenne mit Klarnamen die CIA-Verbindungsführer von deutschen Journalisten. Ich nenne die Internetseiten, wo man sich Fotos von ihnen anschauen kann. Die Leute sind inzwischen abgezogen, die sind weg. Da habe ich auch gedacht, dass aus den Reihen der Geheimdienste etwas kommt. Ich hatte in der Vergangenheit sechs Hausdurchsuchungen unter dem Vorwurf Verdacht auf Geheimnisverrat. Die Verfahren sind alle ergebnislos eingestellt worden, aber ich hatte gedacht, dann gibt es relativ schnell eine Hausdurchsuchung halt wieder. Ich kenne das Spielchen, wenn man unbequem ist und die Wahrheit sagt, dass man dann Hausdurchsuchungen bekommt. Aber weder Hausdurchsuchungen noch Klagen, einfach nur wegschauen. Ja, sie sind offenkundig ertappt worden. Sie gehen ja so weit, dass Sie sagen, dass zwei Drittel aller Journalisten bestechlich sind. Ist das nicht ein bisschen überzogen? Also das ist sehr weit gefasst bei mir, der Begriff von Korruption, weil ich inzwischen, das war früher ganz bestimmt nicht so, früher habe ich volles Rohr mit in diese Gruppe hineingehört, die alles mitgenommen hat, was man irgendwo bekommen konnte. Inzwischen fasse ich den Begriff von Korruption und sich schmieren lassen sehr weit. Das heißt, wenn ich sage zwei Drittel, dann sage ich dazu, all diejenigen, die schon allein Presserabatte in Anspruch nehmen, all das, was der Durchschnittsbürger, was der Mensch da draußen nicht in Anspruch nehmen kann, das geht mir inzwischen subjektiv, das geht mir zu weit. Aber das erkläre ich auch in dem Buch und sage, mit diesen zwei Dritteln meine ich also diejenigen, die alle Vorteile einstreichen, die man aufgrund eines Presseausweises halt mitnehmen kann. Ich finde das inzwischen nicht mehr in Ordnung, denn es gibt ja auch für den Bauarbeiter, für die Verkäuferin, für die gibt es auch keine Sonderkonditionen irgendwo in anderen Geschäften, also dass eine Berufsgruppe dort so bevorzugt wird und das selbst auch noch normal findet. Ich finde es heute nicht mehr normal, weil derjenige, der die Vorteile gewährt, damit eben etwas Bestimmtes erwartet. Sie haben 17 Jahre für die FAZ gearbeitet, dazugehört und haben gerade selber Ihr Zitat wiederholt. Sie schämen sich heute dafür. Wie ist es dazu gekommen? Also ich habe natürlich viele, viele Jahre, 17 Jahre FAZ, dann noch viele andere Verlage, Gruner und Jahr, andere renommierte Häuser. Ich habe das alles viele Jahre als normal angesehen. Wie ist es dazu gekommen? Ich habe im Laufe der Zeit erstens mitbekommen, dass ich Kriege unterstützt habe, dass ich Kriege fallen nicht vom Himmel, von heute auf morgen, die werden geplant. Und vor allem, man braucht Bevölkerungen, welche die Entsendung der eigenen Soldaten dann unterstützen. Wenn 99 Prozent in der Bevölkerung dagegen sind, dann können sie keine deutschen Soldaten nach Afghanistan oder sonst wo hinschicken. Ich habe immer medial flankiert mit meinen Berichten Kriegsvorbereitungen. Das ist mir aber erst im Laufe der Zeit klar geworden. Das heißt, wenn wir zurückgehen, ob das Afghanistan war, ob das die Irak-Iran-Kriege waren, da habe ich immer Propaganda gemacht, da habe ich Desinformation gemacht, da habe ich einseitig berichtet, weil es von mir so erwartet wurde und habe dort mitgemacht. Das ist mir natürlich irgendwann aufgefallen, wenn die Geheimdienste selbst in die Redaktion der Frankfurter Allgemeinen Zeitung kamen und haben Berichte dort vorformuliert. Der Bundesnachrichtendienst ist regelmäßig in der FAZ gewesen bei mir und hat Texte vorformuliert, über die ich dann nur noch meinen Namen setzen musste. Die zuständigen Chefs haben das gewusst. Das heißt, da kann ich nicht sagen, das habe ich nicht gewusst, das habe ich nicht mitbekommen. Das ist widerlich, dafür schäme ich mich, wie gesagt, rückblickend. Das hilft mir auch nichts, dass andere das genauso gemacht haben und heute so machen. Aber ich habe im Laufe der Zeit dann schon gemerkt, dass wir Journalisten, wenn wir in Leitmedien tätig sind, dass wir Schweinereien unterstützen, die den Menschen da draußen nichts bringen, sondern nur einer kleinen Elite. Es geht ja auch um Verflechtungen, das haben Sie angetönt, bekannter Journalisten mit elitären Lobbyistengruppen wie Atlantikbrücke. Mitglieder sind führende Persönlichkeiten aus Bankwesen, Finanzwesen, Wirtschaft und Medien. Jetzt könnte man ja den Einwand vorbringen, dass so informelle Kontakte für einen Journalisten zur Informationsbeschaffung durchaus sinnvoll sind. Wie ist denn da Ihr Hauptkritikpunkt? Das, was Sie gesagt haben, unterschreibe ich absolut. Natürlich ist so eine formelle Mitgliedschaft oder ein formelles Interesse völlig in Ordnung. Sehen Sie, ich war selbst in solchen Organisationen drin, es bleibt aber nicht dabei. Konkretes Beispiel, ich bin beispielsweise, austreten kann man da ja nicht mehr. Ich bin beispielsweise Fellow beim German Marshall Fund, das ist auch so eine transatlantische, proamerikanische Organisation mit sehr engen, das muss man lauter zusagen, sehr engen Geheimdienstkontakten, sehr CIA-nah. Sagt einem natürlich zunächst einmal niemand, so. Was bedeutet das, wenn man da drin ist? Konkret bei mir war es so, dass der German Marshall Fund mich mit amerikanischen Geheimdiensten, wenn ich in den USA war, zusammengebracht hat. Dass ich dort, auch dort, psychologisch ungeheuer geschickt bestochen wurde. Da kommt keiner und sagt, guten Tag, wir sind von der CIA, möchten Sie uns helfen? Das geht viel diskreter. Das funktionierte bei mir beispielsweise so, werde ich nie vergessen, im Juli 1993 war ich unter anderem im US-Bundesstaat Oklahoma. Da bekam ich eine Einladung vom Gouverneur und der German Marshall Fund hatte organisiert, dass ich dort zum Ehrenbürger, ich habe nichts mit Oklahoma zu tun, der hat organisiert, dass ich dort eine Ehrenbürgerurkunde des US-Bundesstaates Oklahoma bekam, in der aber auch noch dick und fett drinsteht, dass ich die bekomme, damit ich zukünftig weiter proamerikanisch berichte. Und solche Dinge, also ich bin da nicht mit Geld geschmiert worden. Es gibt viele andere Möglichkeiten, beispielsweise indem man, was weiß ich, bei Hotelaufenthalten, wenn man ein Hotelzimmer hat, da wird einem ein Mädchen, eine Frau ins Bett gelegt und man wundert, beim ersten Mal habe ich gedacht, das Zimmer ist schon belegt oder solche Dinge, bis ich bekommen habe, dass das schon ein System ist, wo dann möglicherweise gefilmt wird, wo man versucht, Leute erpressbar zu machen. Es gibt tausend Möglichkeiten, einen wunden Punkten bei einem Menschen zu finden und diese Spielchen habe ich dann irgendwann durchschaut, aber sie sprachen über Atlantikbrücke und die ganzen anderen Organisationen. Es bleibt eben nicht dabei, wenn man in diesen Organisationen ist, dass man sich Vorträge anhört. Konkretes Beispiel, wo wir bei der Atlantikbrücke sind, diese Organisation veranstaltet zweimal im Jahr Treffen, zu denen Sie und ich keinen Zutritt haben. Normalbürger können da nicht rein. Da werden Journalisten von Leitmedien zusammengebracht, hinter verschlossenen Türen mit dem US European Command, das sind die obersten Militärs der Vereinigten Staaten. Und dort, ich sagte vorhin schon einmal Kriegsplanung, dort wird den Journalisten erklärt, welche Szenarien man für die nächste Zeit an Konflikten, an Kriegen erwartet und wo die Journalisten bitte flankierend, begleitend helfen sollen in der medialen Berichterstattung. Das heißt, die Ukraine-Krise wurde schon lange bevor es sie gab, hinter verschlossenen Türen abgehandelt mit Journalisten, auch dass die positiv, also proamerikanisch darüber berichten sollen. Noch ein Beispiel, wie weit das geht vor dem völkerrechtswidrigen Irakkrieg im März 2003, haben ganz viele Journalisten, die Mitglieder in der Atlantikbrücke sind, in der New York Times, eine Verpflichtungserklärung unterschrieben, proamerikanisch zu berichten. Sie haben einen Treueschwur auf die Vereinigten Staaten geleistet. Nikolaus Busse von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, wenn wir schon bei der FAZ sind und viele andere, ich glaube Theo Koll vom ZDF, eine ganze Reihe. Es war eine große Anzeige in der New York Times. Man wusste, es wird Krieg geben. Welcher Journalist, der wirklich unabhängig ist, stellt sich vor einem Krieg hin und sagt, ich bin auf der und der Seite, sagt also, ich bin einseitig. Die sind Mitglieder in der Atlantikbrücke oder eng mit ihr verflochten und haben unterschrieben, wir werden hier einseitig berichten. Ich finde, das hat mit seriösem Journalismus aus meiner subjektiven Sicht nichts mehr zu tun. Kommt deswegen Putin nicht auf den grünen Zweig? Das weiß ich nicht. Ich bin jetzt kein Putin-Fachmann. Ich bin überzeugt davon, dass auch Russland und auch China sicherlich Interessen verfolgen und Mittel und Möglichkeiten haben, um Journalisten zu beeinflussen. Da ich nicht russisch spreche und in diesen russischen Netzwerken nicht drin bin, kann ich das im Detail hier nicht sagen. Aber die Propaganda, welche die Vereinigten Staaten betreiben, die ist schon erste Klasse, die ist schon erste Sahne. Die klassischen Propagandatechniken der Amerikaner, die finden Sie bei uns in fast jeder Redaktion. Sie hatten ja vorhin erzählt, dass regelmäßig Besuch vom BND kam. Unter anderem hatten Sie das Beispiel zitiert von dem Giftgasangriff in Libyen. Wissen Sie, ob das gängige Praxis nur in der FAZ war oder wissen Sie von anderen Medienhäusern, die ähnliche Praktiken so umgesetzt haben? Da muss man nicht lange spekulieren heutzutage. Das galt und gilt nicht nur für die Frankfurter Allgemeine Zeitung, sondern auch für alle anderen großen, bekannten Medienhäuser. Es gab einen Untersuchungsbericht des Deutschen Bundestages, in dem viele Namen von Journalisten aufgeführt wurden, welche engen Kontakt zum BND hatten. Das sind nicht welche, die man in der Pressestelle angerufen haben, sondern das sind deutsche Journalisten, die regelmäßig Kontakt mit dem BND hatten, wo der auch hingegangen ist oder hingeht. Die Namen kann man sich sogar, wenn man Interesse daran hat, anschauen. Und da ist nichts Geheimnisvolles dran. Das ist bittere Realität in diesem Land. Jetzt vermuten Sie, dass Ihr Buch ganz schnell zum Hassobjekt einer ganzen Branche wird? Ist es schon. Ist es schon? Nach sechs Wochen? Ist es schon, ja. Wie wird es denn von der FAZ aufgenommen? Haben Sie da schon konkrete Rückmeldungen? Ja, natürlich. Gibt es offizielle Stellungnahmen? Also ich habe einmal von früheren Kollegen der FAZ Stellungnahmen, einmal ein Klaus-Peter Krause, Ex-Leiter der Wirtschaftsredaktion. Herr Frankenberger? Von Frankenberger habe ich. Doch, doch, doch. Er hat sich zitieren lassen in einer Stellungnahme, dass er es nicht als geschmiert ansieht, wenn er vom Sultan von Oman, wie ich auch, bezahlte Fünf-Sterne-Einladungsreisen angenommen habe. Weil man sei ja in dieses Land oder in bestimmte Länder gar nicht reingekommen ansonsten als Journalist. Als ich das gelesen habe, wir kennen uns sehr gut. Wir haben zusammen angefangen 1986 und ich habe nichts gegen Klaus-Dieter Frankenberger. Der ist heute Leiter der Außenpolitik in der FAZ. Aber da musste ich sehr laut lachen. Und wir haben, das ist ja auch veröffentlicht worden, was er dort gesagt hat, wir haben viele Journalisten geschrieben, die genau in jener Zeit, die sich eben nicht haben einladen lassen, sondern auf eigene Faust dahin gefahren sind und frei berichtet haben. Aber Frankenberger und ich, wir haben eben die Augen fest zugemacht. Wir haben nicht darüber berichtet, dass in diesem Land die Polizei jederzeit ohne Durchsuchungsbeschluss Wohnungen durchsuchen kann, dass es keine Pressefreiheit gibt, dass Menschen gefoltert und unterdrückt werden. Wir haben die Augen ganz fest zugemacht. Und natürlich sind das Schutzbehauptungen von meinem Kollegen. Ich kann das verstehen. Ich habe früher, wie gesagt, genauso gedacht. Dort alles mitgenommen, was ich bekommen habe. Das war ein tolles Gefühl, wenn man so beim Sultan auf der Couch gesessen hat. Das war schon was Erhebendes. Ein Mensch, der ein so unvorstellbar reicher Milliardär ist, dem ein ganzes Land gehört, der sich alles kaufen kann, der mir zeigte, in der Tiefgarage seine Autos oder der mir freigestellt hat, was ich haben möchte. Er kauft mir alles. Der hat im Vorzimmer einen britischen Geheimdienstmann sitzen, MI6-Offizier. Und dieser Brite, Anthony Ashworth, hatte mich vorher gewarnt, hatte gesagt, der Sultan ist schwul. Und wenn er auf der Couch zu sehr an sie heranrückt und fragt, wenn er sagt, willst du einen Ferrari haben, willst du einen Porsche haben, dann überlegt er das gut, Junge, hat er mir sinngemäß gesagt. Nun, der Sultan hat mich nicht gefragt, ob ich Porsche oder Ferrari haben will. Aber das ist schon interessant, ja. Wie sehen Sie die Zukunft des Journalismus in Deutschland und im europäischen Raum? Da muss man nicht lange spekulieren, in irgendeine Glaskugel reinschauen. Das kann man ganz nüchtern und seriös und ganz einfach so sagen. Wir sehen ja schon jetzt, dass von den klassischen Qualitäts- oder Leitmedien in Massen die Menschen davonlaufen. Wir sehen es daran, die Frankfurter Allgemeine Zeitung muss gerade schon wieder 200 Stellen streichen, der Spiegel. Wir können sie alle nennen. Alles, was nicht zwangsweise finanziert wird, wie das öffentlich-rechtliche Fernsehen, hat gewaltige Probleme. Heißt, neue Medien sind im Auftrieb. Sie sehen das an den Klickzahlen, auch an den Werbebannern, die nicht mehr bei den traditionellen Medien geschaltet werden. Heißt ganz konkret in zehn Jahren die Prognose, ein Großteil der Journalisten, die in den klassischen Medien arbeitet, Zeitungshäusern beispielsweise, ein Großteil davon wird arbeitslos sein. Das ist ein aussterbender Beruf, Zeitungsjournalist bei den klassischen Medien. Das wird nicht anders sein als beim Schuster früher, beim Sattler oder viele Berufe, die einfach ausgestorben sind in den letzten Jahrzehnten oder Jahren. Wir werden eine neue Art von Journalismus haben. Und das, was Zukunft hat im Journalismus, sind jene Journalisten oder Portale, denen die Menschen vertrauen, weil sie nicht reingelegt werden. Dieses Vertrauen wird ungeheuer wichtig, weil die Fülle der Angebote immer größer wird und sich der Einzelne da draußen fragt, wer hat jetzt keine Interessen? Wer wird nicht gerade von der Industrie, von der Politik oder von wem auch, Pharmaindustrie, von wem auch immer gerade finanziert, um das zu sagen, was er sagt. Wer dieses Vertrauen nicht hat, wer das verspielt hat, der ist weg. Das heißt, die Zukunft gehört den sogenannten, die Amerikaner würden sagen, branded journalists, also Einzelköpfen, Personen oder Portalen, von denen der Zuschauer oder Hörer, Leser weiß, denen kann ich vertrauen. Die werden immer mehr Klickzahlen bekommen und die werden auch davon leben können zukünftig. Das war ein gutes Schlusswort. Vielen Dank. Wir bedanken uns sehr herzlich für Ihre Einschätzung und wünschen Ihnen für Ihr weiteres Wirken alles Gute, Gesundheit und auf Wiedersehen. Gerne. Danke auch. Vielen Dank.